Hallo Leute, ich bin Manuel von Willkommen zu einer weiteren Folge von Leafs The Survivor. Ja, hier, ich war unterwegs, off-screen und habe mir hier etwas geholt und habe auch off-screen was gebaut, Leute, ne, und habe auch zwei Sperre, wobei ich wollte eigentlich den Steinsperr hier haben. Ähm, wir werden heute, also ich habe gebaut, wie ich versprochen habe, eine Werkstatt, aber wir haben noch nichts für Werkstatt dabei. Ähm, was ich meine ist, also ich trinke jetzt mal was, ja, was ich meine ist, wir haben zwar per Level hier die zwei Sachen, aber die gehören nicht ins Werkstatt. Ja, ich werde, äh, ich mache heute das hier, Alana, und das hier. Da brauchen wir Seile, 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 Seile. Hier erstellen. Ich glaube, das gehört eh so nicht im Bereich von Werkstatt, wobei man weiß nie. Aber ich stelle erst mal hier das Teil auf. Wobei, Leute, wir haben ja noch, ähm, wir haben ja noch, wir haben ja noch, ähm, der Trockner. Deswegen weiß ich nicht. Ich stelle es erst mal hier. Das übrigens wird unsere Werkstatt sein. Die Tür ist diesmal von der Seite. Ähm, wir werden erst mal hier. So, jetzt, äh, schauen wir mal Rezepten. Also, wir können uns Seile herstellen und Leder. Ähm, wir brauchen Gras. Und wie gesagt, ähm, daraus können wir uns mal Seile machen. Das dauert etwas. Ähm, weil wir ziemlich viel Seile brauchen, sammlinge. Dann lege ich noch etwas Gras auf. So, erstmal Seile machen. Wir müssen uns, wir gehen mal in den Wald rein. Ich will ins Wald rein. Dort gibt es jede Menge Gras. Los, wir gehen da, also, ins Wald und sammeln Gras auf. Weil wir brauchen jetzt, äh, etwas Seile. Und, äh, wir bräuchten, wartet mal, ich nehme mal den Stier auf. Das habe ich befürchtet, dass diese blöden Zombies da kommen. So, der eine ist weg. Und den zweiten killen wir auch. So, da sehe ich noch sehr viel Gras und einen kleinen Zombie. So, da ist das Gras. Wir sammeln sie mal alle auf. Weil, wie gesagt, wir bräuchten Seile und wir haben Leder. Ähm, wir trocken das auch aus. Ähm, man weiß nie, vielleicht brauchen wir das für das nächste. Obwohl, hier ist etwas aufgeploppt. Nehme ich mal alles mit. So, also, Level geht hier eigentlich gar nicht so leicht. So, wir bräuchten jetzt für den Fleischtrockner Seile. Ich habe auch was getestet, Leute. Ähm, also diese gelben, ähm, gelben Punkte, beziehungsweise Orangene. Dort sind wir noch nicht gut gerüstet. Also, dort hin zu gehen ist, äh, Selbstmord. Ähm, das habe ich mal getestet. Mit unserem, äh, Steinspeer wird da nichts, äh, werden. So. Holz sammle ich auch auf, weil, ähm, wir bauen ja diese Werkstatt auf, ne. Wobei, ähm, wie gesagt, die Sachen für die Werkstatt noch nie da sind. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich diesen Trockner doch ins Werkstatt stellen. Später. Aber erstmal, ähm, will ich in der Werkstatt die Dinge stellen, die eigentlich dorthin gehören. wie, ähm, wie, ähm, da ist das. Okay, ähm, solche Dinge wie, ähm, Tisch, der Werkstatttisch, oder wie auch immer der heißt. Oder offen. Solche Dinge gehören in der Werkstatt meiner Meinung. Lagerraum werden wir noch nie bauen. Ich habe auch, ähm, die Kisten nicht mehr gebaut. Ähm, es gibt eine bessere Kiste. Und die würde ich gerne dann später, ähm, machen. So, wir haben genug Gras. Ich glaube, ich lauf mal nach Hause. So, hier zum Beispiel, oder hier, ähm, noch nicht. Da sind wir noch nicht gut gerüstet. Ähm, weil, wie gesagt, dort sind Gegner, die wir gar nicht mal packen werden. So, wo ist unsere... Ja, ich musste das nicht machen, Leute. Also diese Seile jetzt, ähm, machen. Aber... Ich glaube, ich habe Seile irgendwo liegen. Das werden wir mal erst mal machen. So, und zwar... Ich glaube, hier waren ein paar Seile, genau. Sogar sehr viele Seile. So, jetzt, äh, was brauchen wir noch für diese... Fünf Steine. Okay. Erstmal lernen. Jetzt brauchen wir fünf Steine. Okay. Okay. Die Steine sind hier. Also, ich kann diese Steine hier aufsammeln. Und diese mal kloppen. Ja, keine Sorge, du bekommst gleich, äh, deine, äh, warte mal, machen wir einfach so. Und jetzt, ähm, jetzt leh, jetzt leh. Ich habe leider kein Fleisch. Och, ne, verdammt. Ich habe nur eine Flasche. Und warum habe ich das hier aufgesammelt? Doch, ich habe Fleisch hier. Oh, das Fleisch, okay. Ähm, jetzt gucken wir mal, was hier gekocht wurde. Es wird eh das gleiche sein. Ich werde das Ganze nicht jetzt aufteilen oder so. So, das wird jetzt, äh, gebaut. Also, unser Fleischereich wird hergestellt. Und ich werde das Ganze hier mal machen. Wobei, das könnte auch sein, dass es drinnen hingehört. Aber später, vielleicht werde ich das drinnen machen. Weil, ähm, Rezepte erstmal einschauen. Ihr seht. Ja, man kann aus beiden nur Würstchen mal. Und zwar eins zu eins. Werden wir mal machen. Es dauert aber gar nicht schon lange. Fünf Minuten. So, wir haben jetzt Leder. Das werde ich mal trocknen. Ähm, das Leder, glaube ich, ist hier genau. Wir brauchen langsam Rüstung und so weiter. Ähm, also ja. Da ich das Seil habe, brauche ich das erstmal gar nicht. Ähm, aber Leder, mal schauen. Zwei Minuten dauert es, um ein Leder zu machen. Okay. Und, äh, Leder geht 3 zu 1. Auch, äh, Gras geht 2 zu 1. Leder aber 3 zu 1. Also, so viel Leder werden wir nicht haben. Das ist natürlich nicht gut. Ich habe etwas Hunger. Mist. Ich habe etwas Hunger. Ich habe etwas Hunger. Schau gerade nach, was ich ablegen kann. Das, 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 das. Und die Seile lege ich auch ab. So. Dann, was können wir noch machen. Wir können das machen. Eine Flasche Wasser und Erdbeeren. Könnten wir Bärensaft machen. Lecker und gesund. Jawohl. Also, die einmal Bären sammeln. Ja. Und dann, ähm, vielleicht mal gleich mal sammeln. Warum? Weil wir jetzt etwas auch braten werden. So. Ähm, ich bräuchte Flaschen. Und die habe ich leider jetzt verkackt. Leider. So, wir brauchen 5. Oh ja. Das ist aber... Okay, die Bären, die sind überall eigentlich. Ich wollte sagen, das ist aber teuer. Aber die Bären sind ja überall. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Wir machen mal so einen Saft. Nicht genug was. Nicht genug was. Platz oder was? Das ist nicht gut. Hab ich schon wieder... Nein. Hab ich nicht. Ich hab eine Flasche. Und... Wir brauchen eine. Nicht genug. Und 5. Warum kann ich das nicht machen? Und hier. Das wäre zur Verteidigung. Aber wir brauchen als nächstes Währbank, Leute. Ich geh mal... Uh. Wartet, Leute. Wartet. Da muss er hin. Da muss man gleich glatt mal hin. Also, alles andere werden wir nicht aufsammeln. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich versuche die Zombies umzugehen. Da sehe ich schon. Ja. Fräs. Mein. Stöckchen. So, was hast du? Das nehme ich mal mit. Holz lasse ich da. Ähm. Leder lasse ich da. Das nehme ich mit. Das lasse ich da. Und das... werden wir einmal benutzen. Um uns zu heilen. Oh ja. Pistole nehme ich mit. Den Ballon nehme ich mit. Dem nehme ich mit. So, wo man da sein soll. Das nehme ich mit. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe... Beziehungsweise... Steine nehme ich mit. Was könnte ich? Ach. Okay. Die können wir immer noch aufsammeln. Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. So. Wir haben... Eine Dose Fischkonserven. Äh. Alkohol. Klebewand. Ja. Also. Wir trainieren ein bisschen. Sehr schön. Zombie killen. Zombie killen. Ist ein Muss. Die Hunde nicht so. Weil wir haben eh jetzt. Ähm. Viel zu viele Sachen. Und wie gesagt. Ich habe es. Wow. Chemikalien. Ehm. 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 23. Und die heilen 17. Die heilen ziemlich gut. Ähm. Die Bandagen. Wie gesagt. Ich versuche jetzt einzeln. Äh. Holz. Äh. Aber was mich so ärgert. Dass wir jetzt kein Holz haben. können. Wir müssen dort. Richtig. Ähm. So richtig. Äh. Nach Holz suchen. Wir haben schon etwas Eisen. Gesammelt. Eisenbahren. Äh. Holzsteine. Wir bräuchten Platz. Wir haben einen Platz. Hier noch. Okay. Haben wir jetzt hier noch einen Platz. Ja. Zum Glück. Äh. Die Bandagen lege ich noch hier ab. Oh. Ja. Wir haben doch 16 Flaschen. Das ist gut. Was ich brauche sind noch mehr Platz. Weil wir. Wir haben Chemikalien. Und wir haben kein Holz. Doch. Hier ist noch ein Baum. Wir machen mal kurz. Ähm. Kurz. Bäume fällen. Alles was wir hier haben. Wir bräuchten. Äh. Jede Menge Holz. Ich glaube ich habe hier fast alle Bäume. So. Dann nehme ich auch ein paar Steine mit. So. Was bräuchte ich? 15 Holz. 10 Steine. Okay. Und 3 Seile. 15 Holz wird das. Ähm. Größter Problem sein. Ja. Wir können in den Wald gehen. Aber ich wollte es. Hier schon. Äh. Alles zusammenbauen. bevor wir heute Schluss machen. Die Steine sind die weißen. Äh. Auf der Map. Deswegen haben wir viel zu viele Steine. So. Tiere. Okay. Aber ich glaube. Äh. Houston. Wir haben Probleme. Wir müssen doch. Ähm. Wir müssten doch. Wir müssten doch. Ähm. Holz sammeln. Im Wald gehen. Da sind noch Bäume. Ich glaube nicht. Dass wir 15 Holz da sammeln. Und hier noch Holz. Und Seile. Äh. Die müssen wir gar nicht mehr machen. Weil wir davon was haben. Äh. Das hier. Da sehe ich noch ein Baum. Dann fehlen Steine. Also ich schau mal nach wie viel Holz wir haben. 17. Also wir bräuchten 15. Äh. Zum Glück haben wir. Jetzt fehlt uns nur noch Steine. Und das habt ihr da gesehen. Ihr habt bestimmt da gesehen. Wir haben noch mehr Platz. Ähm. Noch mehr Platz zum. Äh. Reinlegen. Also noch mehr. Ähm. Platz ohne dass wir jetzt Truhen oder Werkstatt bauen. Äh. Bzw. Lagerraum bauen müssen. Und zwar hier. Da. Die drei sind. Ähm. Weitere. Weitere. Platz. Was geil ist. Normalerweise wenn du sie öffnest. bevor sie so blinken. Äh. Wird folgendes passieren. Die werden. Nicht so viele. Es wird eins oder zwei Platz sein. Und ähm. Wenn wir sie aber öffnen. Nachdem sie so blinken. Ähm. Werden sie. Ähm. Ich glaub. Zehn glaub. Ich glaub. Zehn bräuchten wir für den Tisch. Ja. Wir haben alles. Los. So. Leute. Wir haben unsere Werkstatt. Und ähm. Die ist noch nicht zu Ende gebaut. Allerdings. Äh. Würde ich gerne. Das erste. Ähm. Hinstellen. Ähm. Und wie gesagt. Allerdings. Weiß ich nicht. So. Stelle ich es erstmal hier. So hin. Und wie gesagt. Und hier werden dann. Ähm. Später. Wand kommen. Wir schauen mal. Rezepte. Leute. Wir können jetzt. Aus dem Holz. Bräter machen. Und. Also. Das ist so eine Art Sägerei. Glaub ich. Und das. Probieren wir gleich mal. Aus. Dazu brauchen wir eine halbe Minuten. Äh. Und äh. Wir werden jetzt. Hier. Bei dieser. Werkbank. Ähm. Bräter. Bekommen. Und wir sind unterschiedliche. Äh. Eichenbrett. Birkenbrett. Und einfacher. Eine Tafel. Ja. Einfaches Brett. So. Wir. Ähm. Sind am Ende der Folgen. Angelangt. Und. Oh ja. Und so ein bisschen. Zu mal. Bauen. Brauchen wir hier. Ziemlich. Viele Bretter. Was ich warte. Ist das hier. Leute. Braucht diese Kisten. Nur die werden bei uns. Ähm. Warum nicht genug. Level oder Punkte. Wie viele Punkte bräuchte ich dafür. Ein Punkt. Das habe ich doch erlernt. Ähm. Und das wird unser Steinschneider sein. Wir werden aus den Steinen. Aber was wir brauchen. Ist das hier. Leute. Ich will es hier zusammen machen. Und dann haben wir die erste Rüstung. Erstmal. Was ziemlich auch cool ist. Ziemlich auch cool ist. Die haben bei Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ihr ja wisst was zu tun ist. Wir haben immer hin vier Leder schon. Ähm. Wenn euch das gefallen hat. Wisst ihr was zu tun ist. Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.